So, hallo. Heute Abend habe ich wieder Änderungen vorbereitet, die den Monat Februar 2023 betreffen. Und ich denke mal, da wird für den einen oder anderen auch sicherlich eine Neuigkeit dabei sein. Ein neues Gesetz, das nahezu alle Verbraucher betrifft, steht auch auf der Liste. Also insgesamt präsentiere ich heute neun Änderungen. Und ja, damit wünsche ich allen einen wunderschönen guten Abend und begrüße euch zum ersten Livestream im Jahr 2023. Am Ende machen wir noch eine kleine Frage-Antwort-Runde, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine wichtige Information in eigener Sache. Ja, dann starten wir gleich mal mit der Änderung Nummer eins. Und zwar geht es um einen Streit bei der Energiepreispauschale. Also die Energiepreispauschale für Werktätige, die ist im Einkommenssteuergesetz geregelt. Und normalerweise sind die Arbeitgeber nur verpflichtet, die Zahlung zu tätigen. Also im September 2022 wurden diese 300 Euro in der Regel zusätzlich zum Lohn ausgezahlt. Aber eben nicht für alle Arbeitnehmer. Und da gibt es inzwischen Klagen. Und die betreffenden Personen haben die Klage beim Arbeitsgericht eingereicht und nicht beim Finanzgericht. Weil, also in diesem Fall ist nicht das Arbeitsgericht zuständig, weil diese 300 Euro Energiepreispauschale sind ja nicht irgendwie arbeitsvertraglich vereinbart. Denn der Arbeitgeber, der hat ja quasi ja nur als Zahlstelle fungiert. Zwar ist das Arbeitsverhältnis die Voraussetzung für die Zahlung, aber die rechtliche Grundlage ist nicht im Arbeitsvertrag, sondern im Einkommenssteuergesetz geregelt. Also wen das betrifft? Anlaufsteller, Finanzgericht, nicht Arbeitsgericht. Punkt 2. Dieselfahrzeuge werden in München ausgeschlossen. Also wer sich mit seinem Dieselauto im Raum München bewegt, sollte beachten, dass Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm 4 ab Februar 2023, also ab nächste Woche, nicht mehr in die Innenstadt dürfen und auf den mittleren Ring fahren dürfen. Dann kommt noch mal im Oktober 2024 eine weitere Stufe. Das betrifft jetzt ja nur einen kleinen Personenkreis aus Bayern überwiegend. Punkt 3. Die Maskenpflicht in Fernzügen entfällt. Also in vielen Bundesländern ist ja die Maskenpflicht im öffentlichen Personen- und Nahverkehr schon längst gefallen. Aber ab 2.2.2023 entfällt nun auch die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr. Punkt 4 ist ja eine betrübte Nachricht für Freunde von Bier. Die Hersteller drehen an der Bierpreisschraube. Der beliebte Gerstensaft wird teurer. Also einige Biersorten werden ab Februar teurer. Einige sind schon teurer, jetzt ziehen noch einige nach. Betroffen sind vor allem die bekanntesten, oder von den betroffenen Biersorten sind die bekanntesten Barsteiner, Mitburger und Felddienst. Die Preissteigerung betrifft sowohl Fassbier als auch Flaschenbieren. Der nächste Punkt, Augenoptiker müssen sich umstellen. Ab 1. Februar sind Augenoptiker verpflichtet, Kostenvoranschläge elektronisch anzureichen. Die Übermittlung per Fax entspricht nicht mehr den Datenschutzbestimmungen und darf somit nicht mehr erfolgen. Als nächsten Punkt haben wir die Apotheker, die auch kräftig zur Kasse gebeten werden, um das milliardenschwere Finanzloch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu stopfen, müssen die Apotheken ab Februar mehr zahlen. Die Apotheken, die haben so einen Kassenabschlag und der steigt von 1,77 Euro auf 2 Euro. Also dieser Apothekenzuschlag, das ist so eine Art Zwangsrabatt, der vom Gesetzgeber angeordnet wurde. Ja, und geht damit ein Apothekensterben weiter? Man rechnet damit, dass die Anzahl der Einzelapotheken immer mehr abnehmen werden. Viele werden es ja schon merken, die vielen Online-Apotheken, die sind auf der Tagesordnung. Der nächste Punkt betrifft den Bau von Windkrafträdern. Ein neues Gesetz, das nennt sich Wind-an-Land-Gesetz, tritt im Februar in Kraft und betrifft nahezu alle Verbraucher in Deutschland. Es sieht die Bereitstellung von entsprechenden Flächen vor. Das Genehmigungsverfahren für den Bau von Windkrafträdern soll nun durch dieses neue Gesetz beschleunigt werden. Auf diesem Wege soll der aus dem erneuerbaren energiegewonnen Strom bis 2030 verdoppelt werden. Also zudem ist geplant, dass in jedem Bundesland bis 2032 2% der Gesamtfläche für Windkraft reserviert sein muss. 1,7% der Fläche müssen bereits bis 2027 vorhanden sein. Von diesem Wind-an-Land-Gesetz ist ab Februar aber auch das Bundesnaturschutzgesetz betroffen. Es wurde dahingehend novelliert, dass von nun an auch Landschaftsschutzgebiete als Standort für Windkrafträder infrage kommen. Und das finde ich persönlich, ja, eigentlich eine Sauerei. Muss jeder selber sich eine Meinung bilden. Also als nächstes haben wir den Produktionsstopp für Energielampen ab Februar. Und zwar ändert sich das auch per Gesetz, dass bestimmte Energiesparlampen nicht mehr hergestellt werden dürfen. Die Verwendung und der Verkauf von vorhandener Lagerware ist gestattet. Aber ab dem 25. Februar wird offiziell die Produktion von, ich muss mal gucken, kompakt Leuchtstofflampen mit Stecksockel und Leuchtstofflampen mit Ringform eingestellt. Und dieses Produktionsverbot gilt EU-weit. Der letzte Punkt betrifft den Online-Handel und vielleicht auch den ein oder anderen von Ihnen. Und zwar wird seit 2023 das Plattformensteuertransparenzgesetz geregelt, dass die Plattformen wie Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Jezi und weitere Plattformen auch private Verkäufe und Verkäufer an die Finanzbehörden melden müssen. Also es müssen jetzt nicht nur gewerbliche Händler, sondern auch Privatpersonen gemeldet werden. Also ja, auch wer gelegentlich mal irgendwie, was weiß ich, ein gebrauchtes Fahrrad oder irgendwas, ein Fehlkauf oder irgendwas auf Ebay, Ebay-Kleinanzeigen und dergleichen anbietet, wird an die Finanzverwaltung gemeldet. Ja, aber wer das wirklich nur gelegentlich macht, der braucht natürlich nichts zu befürchten. Beim Verkauf von Wertgegenständen über diese Plattform ist allerdings einiges zu beachten. Also wer Wertgegenstände, ja wie Edelmetalle, Münzen, Schmuck, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Oldtimer oder auch Briefmarken verkauft, muss schon jetzt diese sogenannte einjährige Spekulationsfrist beachten und Angaben in der Steuererklärung machen. Es geht also um Wertgegenstände, die innerhalb eines Jahres angeschafft und wieder verkauft werden. Und wenn die nicht ein Jahr gehalten werden, spricht man eben von dieser Spekulationsfrist, die nicht eingehalten wurde und dann muss man Steuern draufzahlen auf diesen Gewinn. So, dann gibt es aber für diesen Gewinn aus allen privaten Veräußerungsgeschäften zusammen gibt es pro Jahr eine Freigrenze und bis zu dieser Freigrenze bleiben die Gewinne steuerfrei. Das ist im Einkommenssteuergesetz geregelt. Also die Gewinne sind steuerfrei, wenn sie weniger als 600 Euro betragen. Das bedeutet, wenn der Betrag von 600 Euro erreicht ist oder überschritten, dann wird alles vom ersten Euro an voll steuerpflichtig. Also es ist kein Freibetrag, sondern eine Freigrenze. Und also ab 600 Euro bedeutet, dass 599,99 Euro kann man steuerfrei einnehmen. Ja, das war heute gar nicht so viel. Ich bitte euch mal eure Fragen zu stellen. Ich gucke erst mal, wo ihr alle so herkommt. So, wir werden zu Käfighühnern, ja wie immer man das auch nennt, es wird immer verrückter. So, also, so viele Fragen sind da eigentlich jetzt gar nicht. Levent, Juhusak, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Ja, bitte per E-Mail, aber erst am 1. März. Und jetzt komme ich zu der wichtigen Information, meine lieben Zuschauer. Ich weiß jetzt nicht, was private THG, was THG ist, weiß ich nicht. So, meine wichtige Information, liebe Zuschauer, ich fahre übermorgen in Urlaub und komme erst am 1. März zurück. Ich fahre mit meinem Mann oder fliege mit meinem Mann nach Thailand. Und die einen oder anderen werden vielleicht das Video aus über Thailand kennen, wo ich auch darüber berichte, wie mein Nachbar Norbert im September 2021 ausgewandert ist. Er hat ein Jahr lang in Pattaya gelebt und wohnt inzwischen auf Koh Samui. Den besuchen wir natürlich. Und dann bin ich noch auf der Nachbarinsel Koh Pagan. Ihr könnt, also ich werde dann keine regelmäßigen, so wie gewohnt, diese Videos Dienstag und Freitag veröffentlichen, sondern nur überwiegend Kurzvideos vor Ort, so spontan. Ich bin sechs Stunden unserer Zeit voraus. Und meine Frage an euch, was würde euch denn jetzt interessieren? Also, wenn der Norbert mir gestattet, würde ich gerne mal deinen kleinen Bungalow, er hat so 80 Quadratmeter Häuschen, fotografieren, damit er, also filmen, damit ihr einen Einblick bekommt, wie man so als Rentner in Thailand lebt. Vielleicht die ein oder anderen Preise, Lebenshaltungskosten. Und wie bekomme ich, ja. Und was würde euch noch interessieren? Also, ich werde spontan berichten über Thailand, den ganzen Februar über. Und wenn ihr jetzt Wünsche habt, würde ich das natürlich gerne berücksichtigen. Pema, ja, vielen Dank für die Urlaubswünsche. Textnummer in Thailand. Das ist ein sehr spezifisches Thema. Treibhausgas. Also, mit E-Fahrzeugen beschäftige ich mich überhaupt nicht, weil ich dann absolut dagegen dafür bin, kann ich gar nichts zu sagen. Treibhauskriegen, E-Fahrzeugen, fällt die private. Quote. Also, was ich jetzt hier meine, das sind diese Verkäufe auf Online-Plattformen. Ja, manche sind ja da richtig als Händler unterwegs, manche machen das nur hobbymäßig. Und wer das jetzt nur hobbymäßig als Privatperson macht, der wird künftig auch an die Finanzverwaltung gemeldet. So. So. Ja, also das ist mit diesen E-Autos, wie gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Da kann ich auch nichts zu sagen. Das ist so spezifisch. Da müssten Sie bitte selber recherchieren. Das ist auch nicht mein Thema. Moorchen und Uli. Habe ich noch nichts von gehört? Also, bei der Einreise, wenn man jetzt auszieht, also ausreist nach Thailand, ja, das weiß ich. Da braucht man eine bestimmte Rentenhöhe. Aber dass jetzt welche zurück müssen, das habe ich noch nicht gehört. Das werde ich aber den Norbert vor Ort fragen. Den treffe ich am Dienstag. Corinna, Kapital, Thailand. Das hängt davon ab, was für ein Visum Sie beantragen. Sie können ein Einjahresvisum beantragen oder ein Fünfjahresvisum. Aus Kostengründen ist ein Einjahresvisum günstiger. Da muss man, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht genau, 25.000 oder 30.000 Euro, ich glaube 30.000 Euro, muss man einzahlen auf ein thailändisches Konto. Also das Geld muss auf dem thailändischen Konto in Thailand vor Ort liegen. Und wenn man ein Fünfjahresvisum beantragt, dann braucht man, glaube ich, 60.000 oder 80.000. Deswegen beantragen viele ein Jahresvisum. Und wenn das immer rechtzeitig verlängert wird, gibt es da auch gar keine Probleme. Verpasst man natürlich die Verlängerung, dann wird es problematisch und das Ganze geht von vorne los. Ja, liebe Rosi, da haben Sie durchaus recht. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob die da zusätzlich irgendwelche Stellen geschaffen haben, um die Händler da auf eBay-Kleinanzeigen zu kontrollieren. Das ist ja alles möglich. Da werden ja so viele Wasserköpfe neu gebildet bei uns. Weiß ich nicht, mit der Grundsteuer. Ja, ich habe meinen Bescheid auch noch nicht. Ja, Mochen und Olli. Also ich frage den Norbert. Norbert ist ein deutscher Rentner, der jetzt seit, wann ist denn der aus? Der wohnt jetzt schon ein paar Monate auf Kusamoy. Und seine Nachbarin ist eine Rentnerin aus der Schweiz, hat er mir erzählt. Und da werde ich einfach mal fragen. Corona, zu viel Geld, zu viel Kapital, ja. Ja, die anderen Länder sind nicht so blöd wie Deutschland und lassen keinen rein, der keinen Cent in der Hosentasche hat, weil die nicht auf den Kosten sitzen bleiben wollen. Wenn man nach Thailand auswandern will, dann muss man auch im Voraus für ein Jahr die Krankenkasse bezahlt haben, muss man nachweisen. Sonst kommt man gar nicht rein. Also lieber Bernd Riemann, Sie können mich gerne per E-Mail kontaktieren, aber bitte erst ab 1. März. Ich mache jetzt einen Monat Urlaub. Ich habe in der Familie auch einen Beamten beim Finanzamt im gehobenen Bedienst. Der hat noch 15 Jahre bis zur Rente und der überlegt auch, sich abzuwenden vom Finanzamt. Liebe Rosi Haupt, ja, das ist Tatsache so. Das hört man immer wieder. Corona, vielen Dank. Ja, also dann geht es darum, die Einreisebedingungen, also wie viel Kapital, wie hoch die Rente ist. Werde ich mich drum kümmern. Werde ich euch alle informieren darüber. Ja, da werde ich, ich muss mal gucken, wie ich das mache mit der Technik. Ich werde dann alles mit meinem iPhone aufnehmen in Thailand. Ich muss erst mal in Bangkok mir dann so eine SIM-Karte besorgen und dann werde ich kurz Videos hier veröffentlichen und je nachdem, wie sich das ergibt, ein paar mehr Informationen 800.000 thailändische Watt. Ja, wie viel ist das in Euro? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist im Moment durch 28 oder so. Ja, rund 30.000 Euro. 37, ah ja. Okay. Ja, der wechselt laufen. Neulich war er 1,28. Wo ich das letzte Mal in Thailand war, war er 1,40. Jetzt ist er 1,36, 1,37. Halbe Rente. Ja, ja. Ich finde das auch vernünftig, dass man nachweisen muss, bevor man lebt, ja. Und nicht so wie bei uns, dass jeder sich in die soziale Hängematte leben kann, pflegen kann. Rente circa. Ja, da kennt sich ja einer ganz gut aus. Okay. Okay. So. Also. Sechs Stunden bin ich weiter vor, gegenüber der deutschen Zeit. Werde schönes Wetter haben. Und, ja. Euch denn berichten, meine Lieben. dann haben wir im Prinzip jetzt alles hier abgearbeitet. Das kläre ich hier nochmal. Moorchen und Olli und Bernhard Riemann. Die sind so nett und warten bis den 1. März. Ich komme erst am 28. Februar zurück und dann, ja, dieses Jetlag. Und da will ich nicht gleich ein volles E-Mail-Postfach haben. Ja, liebe Rosi Hauptschön, wenn Sie das empfehlen. Ich gucke mir auch gerne andere Beiträge auf YouTube an, auch von anderen Ländern. Aber ich werde jetzt ganz frisch live vor Ort berichten und dann wieder zurück nach Deutschland kommen. Genau, die Brutto-Rente ist die Netto-Rente. Der Krankenversicherung, Pflegeversicherungsbeitrag fällt weg. Und wer freiwillig gesetzlich in Deutschland versichert war, der hatte ja einen Zuschuss zur Krankenversicherung bekommen. Der fällt dann auch weg. Also ist die Brutto-Rente gleich netto. Ja, und Thailand ist eins der wenigen Länder, dass man sich als Ruhestand aussuchen kann, um dem deutschen Finanzamt zu entkommen. Man muss keine Steuererklärung in Deutschland einreichen, wenn man seinen Wohnsitz nach Thailand verlegt. Ja, ach, das ist ja lieb, Biggie. Ich danke Ihnen. Ich will eigentlich auch nicht auswandern. Ich komme auch wieder zurück zu meiner Familie. Aber trotzdem ist es mal schön, was anderes wieder zu sehen und zu vergleichen. Ja. Ja, was sind noch für Fragen? Ich habe hier alles abgehakt. Also wir hatten jetzt diese neuen Punkte. Also ich muss mal ehrlich sagen, also was mich am meisten erwügend macht, das ist was mit diesen Windkrafträdern. Da muss ich direkt nochmal gucken, dass jetzt eben auch das Bundesnaturschutzgesetz geändert wird und Landschaftsschutzgebiete betroffen sind. Also da bin ich wirklich sehr, sehr traurig. Und das, obwohl wir die Grünen an der Regierung haben. Also das geht eigentlich gar nicht, ja. Manolo. Ja, mein ehemaliger Nachbar Norbert, der bekommt eine Erwerbsminderungsrente. Der hat noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht. Das gilt auch für Rentner mit Erwerbsminderungsrente. Das ist richtig. Also Teilzeit auswandern, ich persönlich nicht. Aber wer das vorhat, der sollte dann immer diese 183-Tage-Regelung beachten. in dem Land, also jetzt abgesehen von Thailand, in dem Land, wo ich 183 Tage oder länger mich aufhalte, besteht auf jeden Fall die Steuerpflicht. Das hängt immer vom Land ab. Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Aber ja, das machen sehr viele, dass sie über Winter in den kalten Monaten, November, Dezember, Januar, Februar, im Süden überwintern und dann wieder zurückkommen. Liebe Kerstin, als Minijobber bekommen Sie die Energiepauschale nur über die Steuererklärung. und zwar gibt es dafür eine gesonderte Anlage, die heißt, oh Gott, ich habe die erst einmal gesehen, sonstige Angaben oder sonstige, irgendwas mit sonstige, das ist nur ein Blatt und da ist ganz unten, so sind zwei Zeilen, da muss man nur Kreuze machen, dass man eben Minijobber war und ob man die bekommen hat oder nicht. Also ich nehme mal an, dass Sie verheiratet sind und eine Zusammenveranlagung mit Ihrem Ehemann haben, liebe Kerstin, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Dann müssen Sie eben, wie gesagt, diese gesonderte Anlage ausfüllen. Da sind wirklich nur zwei Kreuze zu machen. Naja, Bernhard Riemann, also die deutsche Krankenversicherung muss nicht mehr gezahlt werden, wenn ich mich aus Deutschland abgemeldet habe. Also das hängt immer ab, von welchem Land. Wenn ich nach Thailand auswandern möchte, dann wird die komplett abgemeldet. Gehe ich aber in ein EU-Land oder so, da sieht es wieder anders aus. Da kann ich bei manchen nicht mal mich abmelden. Wenn wir jetzt, also ich spreche jetzt von Thailand, dann wird abgemeldet, Wohnort, Krankenkasse, muss man alles, ja, bei Thailand. In dem Moment, wenn ich mich hier abmelde, man muss das vorher klären mit der Krankenkasse und sagen zu dem und dem Datum, also, der Norbert, der ist ab 5. September ausgewandert und der musste tatsache bis zum 4. September Krankenversicherungsbeitrag bezahlen. Das wird dann auf den Tag genau ausgerechnet. Baden-Württemberg, da wohnt meine Schwester. Ja, schön. ist das soweit klar mit der Krankenversicherung und die internationale private Krankenversicherung, die muss man natürlich vorher abgeschlossen haben und auch den Zahlungsnachweis alles hinschicken, sonst kommt man gar nicht rein nach Thailand. Ach, Leute, Krankenversicherung, ich weiß es nicht, was in 5 Jahren ist. Also, aus heutiger Sicht geht das natürlich. Wer zurückkommt, wird in die Krankenkasse aufgenommen, wo er zuletzt krankenversichert war. Also, wenn die jetzt in der KVDR, also in der Krankenversicherung der Rentner waren, wandern denn aus, kommen nicht klar, kommen nach 5, 6 oder 10 Jahren zurück, kommen die aus heutiger Sicht, muss ich immer betonen, wieder in ihre alte Krankenkasse. Anwartschaft gibt es nur bei privaten Krankenversicherungen. Da sieht es dann wieder anders aus. Aber gesetzliche Krankenkasse, da, wo sie aufgehört haben, da machen sie dann weiter sozusagen. So, noch irgendwelche Fragen? Ja, sehr gerne. Ja, man muss sich da wirklich ganz genau überlegen. Aber es gibt viele, die auswandern, aber es gibt auch fast genauso viele, die wieder zurückkommen, weil sie dann doch nicht klarkommen. Also, ich kenne welche die sind nach 30 Jahren zurückgekommen, ob das Kanada oder Thailand war oder sogar Australien. Wer weiß, warum, ja. Aber man kommt dann wieder rein in die Krankenversicherung. So, meine Lieben. Tja, ich wünsche allen eine schöne Zeit, wenn noch Fragen sein sollten, die meinen Urlaub betreffen, schreibt es unten in die Kommentare. Ich lese mir das morgen nochmal alles durch und und werde eure Wünsche und werde eure Wünsche berücksichtigen. Ja, Einwanderer, Auswanderer, das kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Ach, Puket ist ja auch schön, da waren wir auch schon zweimal, aber da ist uns so viel Trubel. Sonntag geht's nach Puket, ja. Und ja, bei uns auch Sonntag, aber na vielleicht treffen wir uns im Flieger. Ich weiß es nicht, wir fliegen Berlin, Zürich, Bangkok, Kusamui. Naja, man kann sich ja den Urlaub schön machen, egal, ist international, was soll's. Ja, denn allen, die in Urlaub fahren, einen schönen Urlaub, erholsamen Urlaub, sind sie alle gesund wieder. Ach, Katar, nee, wir fliegen andersrum, ja, mit Swiss Airline. Ja, naja, ist ja nett, denn gibt's ja von Puket auch was zu berichten. Ja, wo ich das erste Mal in Puket war, da war das noch alles, das war 1997, da war das alles noch so schön urig und gemütlich und als ich 2010 war, da gab's auf einmal Hochhäuser auf Puket, da war ich auch ein bisschen erschrocken, ja. Und also nach dem Tsunami, da hat sich der Alarm getan. Gut, meine Lieben, wenn weiter keine Fragen sind, danke ich für die Fragen, für die Informationen, für die Urlaubswünsche, wünsche allen eine schöne Zeit, jetzt natürlich erst mal ein wunderbares Wochenende, bleibt alle gesund und wir sehen uns in gewohnter Weise denn wieder hier auf meinem Kanal erst ab März, ansonsten spontan zwischendurch aus Thailand. Fristen im Gefahren. Dankeschön, ganz lieb. Okay. Alles Gute, meine Lieben. Ja, Corinna, tschüss, danke. 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 Danke.